Die Rolle Rothschilds bei der Staatsgründung Israels. Es ist vielleicht der berühmteste Brief in der modernen Jüdischen... Oh, wisst ihr, wer das ist? Es ist klar verstanden worden, dass nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nicht-jüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status, die Juden in irgendeinem anderen Land genießen, beeinträchtigen könnte. Hat nicht funktioniert, wa? Und dann den Teil, der besagt, dass nichts geschehen soll, dass in irgendeiner Weise die arabische Gemeinschaft schädigen könnte. Was ist das? Was ist das? Und? Habt ihr euch daran gehalten? Nein! Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt die Rolle Rothschilds bei der Staatsgründung Israels. Balfour-Deklaration Israel-Palästina. Gefährliches Thema, meine lieben Freunde. Aber zugleich auch ein wichtiges Thema. Und deswegen gehen wir da jetzt rein. Rothschilds, sit out, man. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentarchen. Abonniert diesen Kanal. Und jetzt würde ich sagen, geht der Peter los, meine lieben Freunde. Und los! Lieber Lord Rothschild, es ist mir eine große Freude, Ihnen im Namen der Regierung seiner Majestät die folgende Erklärung der Sympathie mit den jüdisch-zionistischen Bestrebungen zu übermitteln, die dem Kabinett vorgelegt und genehmigt wurde. Wer ist das? Wer ist das? Wer hat den Brief geschrieben? On behalf of his majesty's government. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Ein Adliger oder so, gell? Wahrscheinlich von England oder so. Es ist vielleicht der berühmteste Brief in der modernen Jüdischen... Oh! Weißt du, wer das ist? Sehr ehrlich, Chad, sehr ehrlich. Sehr ehrlich. Sehr ehrlich. Und er beginnt mit drei Worten. Lieber Lord Rothschild, warum wurde dieser Brief von dem Außenminister an ihren Großonkel Walter gesandt? Außenminister? Es ist eine interessante Frage. Denn er war ein Experte in der Ornithologie, obwohl er sich später für den Zionismus interessierte. Ich glaube, der Grund war folgender. Es war in erster Linie eine Bewegung aus Osteuropa, aber sie hatten nicht klargestellt, wer... Einfach Rothschild-Interview oder was, der, gell? ...diese Bewegung leitete. Außerdem fand das Ganze in Großbritannien statt. Und so fühlte man, dass die Familie Rothschild die richtige Adresse dafür war. Walter war Lord Rothschild und er war Zionist. Zionismus fühle ich gar nicht, Bro. Es gibt wohl noch andere Hintergründe. Walter erhielt die Balfour-Erklärung und ich habe hier eine Kopie. Ich frage mich, ob ich Sie vielleicht bitten könnte, sie für uns vorzulesen. Eine politische Ideologie, yes. Die Regierung seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung eines nationalen Heims für das jüdische Volk in Palästina und wird ihre besten Bemühungen unternehmen, dieses Ziel zu fördern. Es ist klar verstanden worden, dass nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nicht-jüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status, die Juden in irgendeinem anderen Land genießen, beeinträchtigen könnte. Hat nicht funktioniert, wa? Ich bin dankbar, wenn Sie diese Erklärung der Zionistischen Föderation bekannt machen würden. Ihr Arthur Balfour. Und hier ist sie, die Balfour-Erklärung. Was empfinden Sie, wenn Sie sie hier sehen? Ich empfinde wirklich, dass es... Ich würde ihn jetzt mal fragen, so was sagst du denn dazu, dass das jetzt nicht so aufgegangen ist, wie das in dem Brief steht, dass hier da die politische Lage und die Menschen, die da schon gelebt haben, vorher, dass da keine negativen Effekte draus entstehen. Das würde ich jetzt gerne mal wissen, was er dazu sagt. Einer der außergewöhnlichsten Momente in der Geschichte des jüdischen Volkes ist. Wenn man bedenkt, dass es 3000 Jahre dauerte, um hierher zu gelangen, und dann sagt man, wie konnte dieses Wunder geschehen? Es ist das unglaublichste Stück Opportunismus. Wenn man bedenkt, dass da ein verarmter, angehender Wissenschaftler, K.M. Weizmann war, der irgendwie nach England gelangte, einige Leute, darunter auch Mitglieder meiner Familie, kennenlernte, und sie mit seinem großen Charme und seiner Überzeugungskraft für sich gewann. Er kam zu Balfour und überzeugte ihn, so wie den Premierminister Lloyd George und die meisten Minister, dass diese Idee eines nationalen Heims für Juden verwirklicht werden sollte. Das ist so unwahrscheinlich. Und dann begann er, einen schwierigen Kampf mit dem britischen Kabinett zu führen. Und dieser Brief ging, wie Sie wissen, durch fünf Entwürfe. Bis er schließlich als ein eher kompromissbereiter Brief herauskam. Die hatten auch andere Orte im Kopf, wo die Israel gründen wollten, ne? Habe ich mal gehört. Der wesentliche Punkt ist, dass die jüdische Gemeinschaft sich daran festhalten konnte. Man hat den ersten Teil, der ein nationales Heim verspricht. Und dann den Teil, der besagt, dass nichts geschehen soll, das in irgendeiner Weise die arabische Gemeinschaft schädigen könnte. Was ist das? Was ist das? Und? Habt ihr euch daran gehalten? Nein! Aber man kehrt zum großen Punkt zurück. Dies ist vielleicht das Größte. Einfach mal so nebenbei erwähnt, aber das jetzt dann so durchgezogen wurde oder nicht, ist auch egal. ...Ereignis im jüdischen Leben seit tausenden von Jahren. Und es ist ein Wunder, dass es stattfand. Und natürlich spielte die Rothschild-Familie dann eine doppelte Rolle, denn sie war nicht nur eine führende Kraft im jüdischen Diaspora-Leben, sondern spielte auch eine sehr bedeutende Rolle in den frühen Jahren der Gründung der Pioniergemeinschaften in Israel. Digga, der sieht einfach eins zu eins aus wie der Cousin, ne? Das ist der, Bro. Die haben den Charakter auf dem gemacht, glaube ich, ne? Oder? Ich glaube, Simpsons hat den Charakter basierend auf ihm gemacht. Es gab zwei Zweige der Rothschild-Familie, die hauptsächlich betroffen waren. Einer in Frankreich, durch Baron Edmund Rothschild, der auf die russischen Pogrome in den 1880er Jahren reagierte. In England gab es eine Spaltung. Einige der Rothschilds, insbesondere Baron Edmunds Sohn James, bekannt als Jimmy, kamen teilweise wegen der Dreyfuss-Affäre und aus Entsetzen darüber, was passiert war, nach England, wo er an die Universität ging und eine Engländerin heiratete, Mrs. James de Rothschild. Sie wurde in jungen Jahren, mit nur 17 Jahren, eine Anführerin. Sie schrieb an Weizmann und stellte ihn der britischen Elite vor. Andere Rothschilds meinten, es sei besser, sich in das englische Leben zu integrieren. Und obwohl sie ihr Interesse an Judentum und jüdischem Leben beibehielten, hielten sie es nicht für eine gute Idee, dass ein nationales Heim in Israel gegründet werden sollte. Das spaltete meine Familie, wie auch viele andere. Ich frage mich, ob Sie als jemand, der in den höchsten Kreisen der britischen Gesellschaft verkehrt und Israel sehr nahe steht, in Ihrem Leben eine Spannung zwischen der Sorge um Israel und der Loyalität zu Großbritannien spüren? Nein, das empfinde ich persönlich nicht. Ich bin seit den frühen 1960er Jahren vollständig Israel verpflichtet und war seither jedes Jahr dort. Also empfinde ich diesen Konflikt nicht, aber natürlich fühle ich eine tiefe Loyalität zu Großbritannien. Ich bin hier im Archiv von Waters wo es einen Schatz bemerkenswerter Dokumente aus der Zeit der Balfour-Erklärung gibt. Wir haben hier die Korrespondenz zwischen Es gibt auch miese Dokus über die Gründungen, also die Gründung des Staates Israel. Da gibt es auch noch voll viele Informationen, die die meisten Leute nicht haben. Da könnte man eigentlich auch noch mal mies in die Recherche reingehen. Aber dieses Interview habe ich noch nicht gesehen dazu. Es ist wahrlich eine Liebesgeschichte. Hier schreibt Dorothy an James, Jimmy, ich dachte, ich lasse keinen Tag vergehen, ohne dir eine Nachricht zu geben, die du noch nie gehört hast. Ich liebe dich. Aber natürlich war ihre Korrespondenz nicht nur romantischer Natur. Hier haben wir detaillierte Briefe, in denen sie ihre Gespräche mit zionistischen Führern beschreibt. ihre Ratschläge und ihre Vorschläge zu den Konferenzen der zionistischen Bewegung. Und hier haben wir einen Brief, den die junge Dorothy, noch nicht 20, an Dr. Chaim Weizmann schrieb, in dem sie über die Treffen spricht, die sie für ihn arrangiert hat. Und wie wir gehört haben, half sie ihm und bereitete ihn vor, sich in die britische Elite einzugliedern, um die Sache der zionistischen Bewegung voranzubringen. Einzugliedern ist gut. Als Israel immer erfolgreicher wurde, industriell erfolgreich, technologisch, mit großartigen Universitäten, wurden die Probleme mit den Kriegen, die stattfanden, und den Sicherheitsfragen immer drängender. Israel veränderte sich von einer eher liberalen westlichen Gesellschaft zu etwas ganz anderem. Und sie sehen auch eine Verschiebung zwischen den Gemeinschaften in Israel. Israel ist ein Flickenteppich verschiedener Einwanderer aus verschiedenen Ländern. Es gibt die religiösen, die nicht-religiösen, Städte wie Tel Aviv, die attraktiv für die Geschäftswelt und das normale Stadtleben sind. Und dann gibt es Jerusalem, das eine sehr religiöse Stadt ist, voller Konflikte mit den arabischen Nachbarn und in sich selbst. Wenn ich Sie bitten könnte, an das nächste Jahrhundert zu denken, an die nächsten 100 Jahre und vielleicht einige Ihrer Hoffnungen, Ihrer Wünsche für Israel mit uns zu teilen. Was könnte man hoffen? Natürlich hofft man auf eine friedliche Beziehung zwischen Israel und seinen Nachbarn. Digga, das ist ironisch, gell? Das ist so crazy, wenn du guckst, wenn du guckst, was heutzutage da los ist, ne? Was dann in dem Brief drinsteht, was er hier sagt, so sad, man ist traurig. Und das wird die schwierigste Herausforderung sein. Ja, man hat nicht mal das Gefühl, dass es überhaupt bestreben ist von den Zionisten, dass es dann friedliche Beziehungen gibt in Israel und mit seinen Nachbarn. Man hat nicht mal das Gefühl, dass es Bestrebungen danach gibt. Sag ich dir ehrlich. Jetzt kann man im Chaos des Nahen Ostens und angesichts der Bedeutung der Beziehungen, die Israel nicht nur mit Jordanien, sondern auch mit Ägypten und sogar mit Saudi-Arabien entwickelt, einen Hoffnungsschimmer sehen. Ja, bei denen geht's auch nur um Money, bro. Wenn diese Beziehungen nicht öffentlich bekannt sind, aufgrund des sunnitisch-schiitischen Krieges. Wenn man den Bedarf der arabischen Nationen an Geheimdiensthilfe sieht. Und andererseits das Mitgefühl und die Gründe. Man muss ja auch gucken, wer so der Ursprung, beziehungsweise wer das auch ausgelöst hat, diese Unruhen im Nahen Osten, weißt du? Warum das überhaupt so weit gekommen ist. Ja, und da muss man halt leider sagen, da ist der Westen oft mit involviert gewesen und auch dieser Staat Israel. Dass diese Unruhen überhaupt so gekommen sind, wie sie gekommen sind. ...Zügigkeit Israels gegenüber den palästinensischen Gebieten und seinen weniger glücklichen Nachbarn bedenkt, gibt es Gründe, optimistisch zu sein. Und ich bin ein Optimist. Lord Roth. Chilled. Vielen Dank. Danke Ihnen. Ich küss dein Herz, Bro. Interessantes Ding auf jeden Fall, ja? Ich fand's interessant, Freunde. Schreibt mir eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang. ichang. Musik